Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Amen. 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 ZOBAN 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 Kommt, wir gehen nach Bethlehem, um das Erheimnis zu sehen, um das Erheimnis zu sehen, was uns der Herr verkündet ist. Kommt, wir gehen nach Bethlehem. Kommt, wir gehen nach Bethlehem. So eilten sich hin und fanden Maria und Josef und das Kind, das in der Krippe war. Als sie es sein, erzählten sie, was ihnen über dieses Kind gesagt worden war. Und alle, die es hörten, staunten über die Worte der Hirten. Maria aber bewahrte alles, was geschehen war in ihren Herzen und dachte darüber nach. Die Hirten kehrten zurück, rühmten Gott und priesen ihn für das, was sie gehört und gesehen hatten. Denn alles war so gewesen, wie es ihnen gesagt worden war. Die Hirten kehrten zurück, rühmten Gott, wir gehen nach Bethlehem. Die Hirten kehrten zurück, rühmten Gott, wir gehen nach Bethlehem. Die Hirten kehrten zurück, rühmten Gott, wir gehen nach Bethlehem. Die Hirten kehrten zurück, rühmten Gott, wir gehen nach Bethlehem. Die Hirten kehrten zurück, rühmten Gott, wir gehen nach Bethlehem. Untertitelung des ZDF, 2020